hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von die sims 4 landhauswehrwölfe im moment noch im umzugsverfahren bis jetzt ach die treppe ist weg die treppe ist verschwunden das ist das problem gewesen oder auch nicht das problem ist die treppe hier rein gewandert oder ich glaube die wurde verkauft ich verstehe sowas nicht warum verkauft er mir einfach meine treppe er hatte doch gar keinen grund hier abzuhauen weißt aber hauptsache jetzt geht ihr da nicht mehr hin warum gehst du denn da jetzt nicht mehr hin willst du mich verkack eiern also das muss ich nicht verstehen kann ich auch einfach eine leiter nehmen dann geht er nämlich mit leiter hier hoch wenn das überhaupt geht hast du hier aber man ist ja immer auf die idee kommt das zu machen weil der garten ist halt schon wichtig dass er ein bisschen platz hat um dinge anzupflanzen tatsächlich ja dann ist die treppe einfach vorhin verschwunden weil ja gründe halt kann ich eigentlich die hier auch weiter dahin und vielleicht hat er drehen dann sieht das nämlich glaube ich besser aus oder wenn ich das so mache halt irgendwie doof na aber was will man machen kann sie die mal mit staub füttern was willst du jetzt nee wir haben jetzt keine zeit für die arbeit was haben wir denn noch so wir müssen noch das heilmittel wir haben ja noch das beschrieben dass wir uns dann doch heilen aber ich bin mir nicht sicher ob er das haben möchte keine ahnung aber ich hätte schon gerne so mini werwölfe gesehen oder also weiß so ähm gut dann hätten wir das zumindest schon mal erledigt dann ableger kann ich schon ableger nehmen warte mal haben wir nicht eigentlich noch das ist erdbeere verbotene frucht glücksbeere erdbeere kokos schokobeere dann könnten wir das doch schon mal veredeln miteinander himbeere und schokobeere klingt doch perfekt oder erdbeerstrauch paprika mal gucken mit was was habe ich denn noch da paradiesvogelblume löwenmäulchen kokos erdbeere wenn dann würde ich die sachen gerne ähm dann nehmen wir davon ableger und dann können wir das veredeln mit tomate da müssen die sachen halt alle erst mal wieder wachsen und sowieso alle geschützt gott sei dank das ist pikspflanze und das ist obstschlängler die frage ist was gefällt mir besser was ich gerne behalten möchte vielleicht hier die hier dann machen wir von dem einen ableger von den pilzen kann ich halt leider keinen ableger nehmen und dann können wir die nämlich veredeln mit der piksfrucht so andy ist nicht zur arbeit gegangen wenn er zu oft fehlt sinkt seine job leistung ja das ist mir klar aber auch eigentlich egal so gut dann hätten wir das doch jetzt auch schon erledigt das problem haben wir gelöst mit der treppe ähm ja was können wir denn jetzt noch machen ach so die kuh oder was sollen wir denn wen sollen wir denn eher wir können auch eine zeit lang erst mal den edgar hier reinpacken geschenk geben geschenk von vogelschwarm annehmen dann über federn reden was hast du nur gekriegt regenbogen lama wolle dankeschön und eine kuhblume eine kuhblume ich habe eine kuhblume gekriegt das muss ich mir mal genauer angucken das ist die regenbogen wolle kuhblume kann ich die kann ich sogar pflanzen aber kein platz irgendwie ist das auch eher verbuggt das ist sieh dieses objekt in die spielwelt ja was heißt schon kuhblume und dann unten ist debug also wer weiß wo die das her haben klüorp wo wächst denn eigentlich der klüorp ist das diese orbbeere ja das klingt nachvollziehbar ne dann haben wir hier die ganzen kürbisse was ist denn los edgar hühner kaufen ja aber du hast doch noch in deinem haushaltsinventar hast du doch noch dinge so wie geht's dir denn er ist satt fühlt sich okay da können wir ja noch ein bisschen dran arbeiten und dann können wir dir eigentlich auch wieder ein bisschen was an kleidung geben so jetzt ist er glücklich und zufrieden dann können wir dich noch ein bisschen putzen und dann ist in ordnung alles der hühnerstall ist bereits sauber was ich gerne wissen wollen würde ist warum er nicht die hühner zuweisen will guck mal wir haben ein jungtier da müssen wir doch mal gucken dass wir die dann haben wir noch einen Hahn dann haben wir eine Seniorhenne und nochmal einen jungen Hahn das ist angeblich ein Küken was ich eigentlich ehrlich gesagt nicht glaube aber okay ich liebe diese hohen Wände eigentlich eher weniger aber ja ich muss damit halt jetzt auch klarkommen dass das nun mal jetzt so ist das da brauche ich nicht habe ich eh keinen Platz für der Mülleimer wäre ganz praktisch guck mal jetzt haben wir Platz um da Dinge hinzustellen ist doch auch eine gute Sache so und was ich eigentlich gesehen habe sind die ganzen Auszeichnungen die man noch hinhängen könnte hohe Wände das ist einfach der Wahnsinn da ist mir jetzt auch wurscht ob das jetzt in der richtigen Reihenfolge ist ja hast du dein Computer den anderen können wir eigentlich verkaufen Arbeitsplatte können wir eigentlich auch verkaufen den Computer können wir verkaufen weiß nicht Taktik Karte von mir aus die kannst du dir sonst wo hinschieben kann man das nicht verkaufen wenn nicht müsste ich halt gucken dass ich die hier irgendwo platziert bekomme damit wir die zuweisen können und dass sie dann nacheinander abnippeln können so wie das halt täglich so hier abläuft und die Kuh die muss halt noch da drin ein bisschen warten so Hühner zuweisen da haben wir doch wieder unsere unsere Hühnerschar würdest du jetzt vielleicht die mal füttern? Luigi klingt das nicht nach einem Plan? Federle das ist in Ordnung schwarze Henne heißt Malise braune Henne heißt Lotte und du bist Zellatina ja genau Freundschaftsleckerchen es ist beinahe als würde jemand sein Leben ja ich weiß aber guck dir mal an was du für Wünsche hast da ist Satt da ist Satt hier das hier der ist noch unglücklich den Luigi können wir mal einkleiden Lotte können wir auch mal einkleiden die kriegt so einen schönen Hut Leckerchen geben Freundschaftsleckerchen wie kann ich denn ich würde die gerne streicheln oder so ach man Andy so spielt man nicht mit den Hühnern okay anscheinend doch er ist auch glücklich so jetzt fehlt nur noch sie eigentlich dass die mal frisst so dich können wir auch mal mit dir können wir auch mal spielen wenn du willst so guck mal jetzt sind doch alle wieder halbwegs gut drauf so soll das auch sein Gott okay dem hat das nicht so gefallen aber okay jetzt gehst du duschen bist du bekloppt du magst auch nicht nass werden ach mein Gott also er hat Alzheimer würde ich fast sagen also ach so du hast hier noch nicht mal Wasseraufbereiter der hat einen Wasseraufbereiter und der auch aber die Dusche nicht und gleich gucke ich mal was das uns gebracht hat dass wir hier hingezogen sind ist das auch schon ein energieeffizientes Gerät ja tatsächlich und was ist das gar nichts den Herd den habe ich ja neu gekauft den müssen wir auch noch um umdingsen was ist denn los ich bin froh dass du mir geraten hast Zeit mit Brand Hacking zu verbringen kein Problem weiß doch was ihr immer wollt was für ein Tag wir haben erst Montag dadurch dass wir halt ein bisschen zu tun hatten ist halt nicht viel Zeit vergangen aber ja ich finde die Leiter ist gut hoch also ich würde da eigentlich immer die Krise kriegen wenn ich da hoch und runter muss was ist die einzigste die ich da jetzt gescheit hinkriege die andere hat da keinen Bock mehr könnte sein dass das vielleicht an dem Zaun gelegen war was ich machen könnte wäre das mal auszuprobieren ob das tatsächlich daran lag weil jetzt wo ich den sehe der hängt halt voll mittig drin warte mal das testen wir jetzt aus die Leiter die können wir ja dann später nochmal holen aber mich würde es jetzt tatsächlich interessieren ob die ob die Treppe jetzt doch reingeht nur so ich frage für einen Freund und so ne es lag nicht da dran alles klar die Leiter ist einfach ich meine die Dings ist einfach blöde weiß gar nicht sollen wir uns dann die sieht ja auch irgendwie knuffig aus aber so geht das eigentlich so ja dann lassen wir das so wenn das nicht gehen möchte dann möchte das halt einfach nicht gehen es ist dann halt einfach nicht kompromissbereit bin ich schade aber ich bin jetzt so zufrieden mit der Bode hier dass ich eigentlich wenig daran jetzt ändern möchte das hat mir schon mit dem Garten hier gereicht so umweltfreundliche Geräte hat die meisten Stimmen von der Gemeinschaft erhalten das verstehe ich auch nicht warum ich wenn ich sage ich will es nicht haben dann ja da können wir eigentlich noch ein Tee hinzufügen ist jetzt voll wieder in seinem Element mit dem verbessern so dann hätten wir das jetzt auch wo ach er ist jetzt angegangen alles klar 6.000 siehst du ist schon 3.000 weniger Strom verbrauchen wir irgendwie angeblich aber ich finde diese Steuer an sich finde ich schon ein bisschen übertrieben ne also kann man nicht anders sagen du hast dir doch was zu futtern mitgebracht oder also angeblich hat er das weiß nicht ob er das schon gegessen hat aber anscheinend hat er vergessen das mitzubauen habe ich vielleicht vorher das zu schnell abgebrochen indem er hier die die Dings hat ja abgeben ach egal ich weiß jetzt gerade nicht was ich hier jetzt noch ja das kann man auch verbessern erhöht die energie beim schlafen und nickerchen machen ja die massage funktion klingt auch nach einem plan wir haben leider verpasst dass wir für die grüne gärten aber der rest wird einfach gar nicht mehr gewählt deswegen verstehe ich nicht warum irgendwas gewonnen hat was dann sowieso nicht eintritt aber nun gut meine lieben es wird auch diesmal zeit einen cut zu machen beim nächsten mal mal gucken vielleicht können wir ja mal dafür sorgen dass die eine zu uns zieht diese rory damit wir da vielleicht noch ein bisschen was planen können wahrscheinlich verschwindet der balkon dann weil da ein zimmer hin muss keine ahnung mal schauen ja bis dahin habt eine schöne zeit bleibt gesund und tschüss bis zum nächsten bis zum nächsten Vielen Dank.